Hallo! Und wie geht's? Gut! Na bravo! Ich heiße übrigens Jule und möchte euch was ganz spannendes vorsagen. Das ist zwar kein Rätsel und kein irgendwas, es ist was zum Vorsagen und was auch gleich. Das, was ich euch jetzt zeige, das kann ihr von mir lernen. Ihr von mir lernen. Und das ist ganz spannend und super. So, das zeichnen. Eins plus eins gleich zwei, die Hände licht ein, gecheckt und weiter geht. Zwei plus drei gleich vier, das weiß ja jedes Tier. Z drei plus drei gleich sechs, die Hex zaubert Flink. Z drei plus drei gleich sechs, so zaubert Flink die Hex. Z drei plus drei gleich sechs, so zaubert Flink die Hex. Z vier plus vier gleich acht, die Affenbande lacht. Fünf plus sechs gleich zehn, die Ändchen finde ich schön. Z sechs plus sechs gleich zwölf, so heulen Flink die Wölf. Sieben plus sieben gleich vierzehn. Die Bären wollen spalieren, dann acht plus acht gleich sechzehne. Die Quellen müssen wegsehen. Wegehen zu sehen. Dann kommt gecheckt. Lalalalalala, fünf Minuten warten. Fünf Minuten warten, wenn ich überlegt habe. Hm, was gibt es das nochmal? Immer überlegen. Ja. Aber man muss das hundert Jahre üben. Üben, 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 üben. Wie bei Mathematik. Ich heiße Jule und überlegt. Es kam nämlich Neun plus neun gleich Achtzehne. Die Katzen wollen weggehen. Zehn plus zehn gleich zwanzig. So, Tina und entspannt sich. Bravo! Und das ist gut. Aber jetzt mag ich unbedingt nochmal was vorführen. Aber es geht los. Hallo, ich bin Jule und mag euch was zeigen. Eine Mathematik. Ich bin so gut drauf. Ich bin so gut drauf. Na, das ist voll besser. Den bis den gleich zwanzig, sagt Tina und entspannt sich. Oh, das ist voll cool. Und dann kann es auch sein. Hallo, ich heiße Jule. Und möchte euch unbedingt ganz wichtig sagen. Und das ist super toll von mir. Also, ich weiß ganz, was ich dazu sagen soll. So toll ist das. Also, ich sag das, was ich will. Nochmal. Könnt ihr von mir lernen. Und das geht jetzt los. Ich check Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier, fünf, sechs, sieben, neun. Und dann geht's los. Und dann geht's los.